einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal geht es um die devolo magic 2 wifi next die haben nämlich einen neuen chipsatz dran im gegensatz zu dem normalen magic 2 gab auch schon magic 1 ich habe jetzt ja noch mal zwei zusätzliche und habe die jetzt gerade auch im video also einmal ein unboxing gemacht und dann im video ein video gemacht wie man die miteinander verbinden kann klar kann man die auch miteinander verbinden wenn man hier da auf der basisstation den knopf drückt und bei dem halt den knopf drückt funktioniert bei mir geht es nicht weil hier ist bei mir die die der sicherungskasten ich kann die so nicht miteinander verbinden ich habe es euch über gezeigt über die app über die home control wie heißt die magic home network app funktioniert super richtig super schnell eingebunden ohne probleme jetzt warum habe ich noch zwei extra weil im starter paket sind ja zwei müsst ihr ausreichen eins im wohnzimmer eins im kinderzimmer eins im schlafzimmer ja aber ich brauche noch eins für das wohnzimmer und eins für mein devolo home server also für die für smart home das problem ist nämlich dass die neuen chipsatz haben auch die ersten magic also magic 2 hat die erste generation von magic 2 hat auch neuen chipsatz drin diese sind nicht mehr mit den home servern kompatibel und früher war das sehr einfach und sehr geil ich habe halt praktisch die basis vom dealern 1200 plus das ist dieses sieht aus wie vom magic plus dass da nicht magic steht aber da seht ihr das 1200 plus das habe ich einfach eine steckdose gemacht den kabel von der fritz box hier rein und dann habe ich auf den anderen 1200ern das sind jetzt die magic denkt euch einfach das sind die 1200er überall in der wohnung internet gehabt bzw auch wlan hat auch den geilen vorteil gehabt dass der home control server denkt euch einfach das ist jetzt der home control server der devolo home control server den habe ich einfach nur in die steckdose machen müssen der hat zwar unten ein lan anschluss wo man lahn rein macht ja damit der home control server lahn also internet hat und um alle tier zu verwalten also den thermostat dann die einzelnen steckdosen den den thermometer den fenster fühler den wasser fühler im badezimmer in der küche die sirene alles pipapo dafür ist der home server da also der home control server die neuen geräte sind aber mit dem nicht mehr kompatibel das heißt ich habe zwar dlan aber das dlan muss ich dann wirklich jetzt hier unten wieder rausholen und in den home server rein machen früher war das so weil ich dlan hatte mit dem 1200er modul also 1200 plus hat er sich das auch über die steckdose abgegriffen genau wie die einfach in die steckdose rein und er hat internet gehabt das geht jetzt nicht mehr deswegen geht ein adapter dafür alleine schon weg den mache ich im flur ran dann kommt die steckdose ran ein lahnkabel und dann kommt da der oder halt ich stecke die übereinander oder so und dann lahnkabel rinnen klähen oder so aber das werde ich nicht weil da ist ja auch noch der staubsauger dran deswegen brauchte ich auf jeden fall mehr und eins führt wohnzimmer das ist sehr schade ich habe auch mit devolo schon geschrieben und gefragt ob da was machbar ist ob da vielleicht ein neuer home server kommt dass der kompatibel mit magic 2 gemacht wird da ist noch nichts bekannt ob da was kommen wird ich hoffe es ich drücke die daumen drückt mal bitte mit die daumen dass da vielleicht der home server noch mal geupdatet wird und dass der auch halt den neuen chipsatz bekommt und dass die dann halt soweit kompatibel gemacht werden würde mich halt freuen dann könnte man den home server auch wieder als lan adapter nehmen das heißt ich stecke den halt in eine wand rein der kriegt über die steckdose strom und den laden das ist kein eingang das ist dann halt ein ausgang das geht beim hat vorher super funktioniert war ich mega zufrieden mit aber nichtsdestotrotz trotz der schwäche dass ich wegen magic 2 was eine höhere band höhere bandbreite hat wie sagt die haben jetzt 1200 1400 megabits also mbps also mehr geschwindigkeit geht durch die leitung durch ich hatte vorher mit dem 1200er null probleme null keine aussetzer nichts es ist wirklich wunderbar gelaufen jetzt denke ich dass es damit auch so weit laufen wird also bis jetzt habe ich sie also ich habe ja schon an boxing und hardware video gemacht seitdem laufen sie bei mir in meinem home netzwerk und ich kann mich da echt nicht beschweren ich habe auch das gefühl weil ich habe wie gesagt im schlafzimmer habe ich schon dran ich habe es kann aber nur mein subjektives gefühl sein das kann ich euch jetzt nicht sagen ob es wirklich so stimmt aber mein subjektives bauchgefühl und mein gefühl was ich habe wenn ich mein fire tv im schlafzimmer anmache der fire tv kann jetzt mehr ziehen weil ist ja mehr drin und dass er dadurch etwas schneller wird beim aufbauen und auch wenn ich jetzt ein 4k video öffne ist dann halt 4k schneller da als wo ich mit den alten geräten gearbeitet habe ist aber jetzt nur mein empfinden ich habe das jetzt nicht stoppuhr oder so gemacht das ist jetzt nur mein persönliches empfinden so das soll es dann auch soweit gewesen sein wie gesagt wirklich tolle produkte ich werde sie euch unten drunter in der video beschreibung verlinken sind jetzt bei mir im langzeittest ich wenn ihr fragen habt einfach in die kommentare posten ich werde wenn ich euch da irgendwie helfen kann langlebig zu verlässlich wie sagt die anderen habe ich dann habe ich kann ja mal wir können ja mal kurz gucken dass ich euch das sagen kann seit wann ich die die bei mir im einsatz habe ich brauche ja nur bei youtube gucken mein kanal so so also ich habe ui doch schon so lange ups ok 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 gut ich habe jetzt an drei jahre gedacht aber drei jahre ist das mit dem mit dem dreier also wo denn halt unten nicht nur zwei sondern drei lan anschlüsse sind mit dem triple triple hieß der genau und mein unboxing von devolo die lan 1200 1200 plus wifi ac startkit powerline mensch da hatte die wurde auch noch ein leicht anderes zeichen da war noch ein blauer kranz drum das ist schon fünf jahre alt das ist schon fünf jahre alt und wie gesagt in den ganzen fünf jahren hatte ich nichts gar nichts also keine abbrüche kein abkacken kein kein defektes gerät nichts gar nichts die haben immer internet auch einmal hatten sie kein internet wo mein router kaputt gegangen ist da hatte der router kein internet also haben die die lan geräte auch kein internet ist logisch aber sonst kann ich mich nicht beschweren immer 1a gelaufen 1a gelaufen das einzige was ich machen musste ich musste einen von den alten geräten halt aus dem wohnzimmer weg machen da hatte ich da eine wandsteckdose dran und dieses aufputz angebracht und die geräte sind wirklich sehr schwer und das hat die steckdose ein bisschen locker gemacht also da müsst ihr aufpassen da würde ich denn wenn sowas ist dann würde ich sowieso sagen nehmt euch ein klein verlängerungskabel von einem meter oder so rein und dann legt ihr euch das auf den fußboden ist zwar nicht empfohlen aber ich kann euch wirklich sagen ich benutze es seit fünf jahren und seit fünf jahren habe ich im schlafzimmer an einem sechser verteiler der geht halt in die steckdose rein habe ich den dran seit fünf jahren und in den fünf jahren hatte ich keine abbrüche nicht einmal irgendwie wo das internet weg war die Volo entfiertet klar entfiertet weil die direkte verbindung ist bevorzugt und dann hat man die höhere bandbreite und so aber ich kann euch sagen ich habe es mit dem und jetzt die magic 2 sind ja auch bei mir an einem an einem sechser steckdosen dran und selbst da habe ich null abbrüche null also läuft wunderbar kann ich mich echt nicht beschweren also das meine persönliche erfahrung aber macht es am besten immer direkt in die steckdose da muss auch nicht gesagt sein wie gesagt keine probleme das soll es jetzt auch soweit gewesen sein wenn ihr da noch fragen habt zu die Volo zu den powerline magic 2 oder zu dem zu der älteren version zu den 1200 dann einfach in die kommentare schreiben ich werde mein bestmögliches tun euch da irgendwie zu helfen jeden freitagabend ist auch hangout bei mir im kanal auf youtube immer freitagabend 20.15 Uhr das ist einfach eine gemütliche runde wo wir so ein bisschen quatschen wo auch gäste meistens kommen da können wir auch noch wenn ihr fragen habt kann ich auch direkt im live stream auf eure fragen eingehen können wir auch die Volo einfach schreiben schreibt da dann im chat schreibt da odins tests freizeichen und die frage die ihr habt und dann beantworte ich euch die frage so gut wie ich kann jetzt bin ich aber auch wirklich weg die koffert euch gefallen wenn es euch gefallen hat Däumchen wären Träumchen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin Ahoi sagt euer Odin